Die Dresdner Bahn soll wieder an Bedeutung gewinnen und für den modernen Regional- und Fernverkehr aufgebaut werden. Auf der Strecke, die seit 1875 existiert, fährt derzeit die S-Bahn-Linie 2. Außerdem ist die für den Güterverkehr zugelassen. Moderne elektrische Züge des Regional- und Fernverkehrs können auf der jetzigen Strecke nicht fahren, da sie ein anderes Stromnetz nutzen, Wechselstrom anstelle von Gleichstrom. Daher werden zwei neue, mit Oberleitung überspannte Gleise gebaut. Die Dresdner Bahn spielt eine wichtige Rolle im Verkehrskonzept Knoten Berlin. Mit ihr kann der Verkehr in Richtung Süden entflochten werden. Sie ist die Verbindung aus Berlin in Richtung Südosten. Nur so kann der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, optimal mit dem Berliner Zentrum verbunden werden. Das Ziel ist ein viertelstündlicher Flughafenschuttle, der in 20 Minuten den BER mit dem Berliner Hauptbahnhof verbindet. Eine Fahrzeit, die nur über die Dresdner Bahn möglich ist. Die direkte Verbindung in Richtung Südosten hat aber auch für den Fernverkehr eine wichtige Bedeutung. Durch den Ausbau der Strecke Berlin-Dresden wird die Reisezeit zwischen den Hauptbahnhöfen nach und nach verkürzt. Von zwei Stunden vier Minuten im Jahr 2015 auf eine Stunde 42 Minuten im Jahr 2020. Nach Abschluss aller Bauvorhaben soll die Fahrzeit eine Stunde 20 Minuten betragen. Die Realisierung der Dresdner Bahn trägt dazu eine Fahrzeitreduzierung von zehn Minuten bei. Und die Dresdner Bahn hat eine wichtige Entlastungsfunktion. Mit der Inbetriebnahme der Aus- und Neubaustrecke VDE 8 hat sich seit 2017 die Fahrzeit zwischen Berlin und München auf rund vier Stunden verkürzt. Es rollen mehr Expresszüge in Richtung München und Frankfurt über die Anhalter Bahn. Nur indem die Dresdner Bahn mittelfristig den Verkehr in Richtung Südosten aufnimmt, können Pünktlichkeit und Betriebsqualität auf der schnellen Nord-Süd-Magistrale gesichert werden. Die Dresdner Bahn führt über 16 Kilometer von Berlin-Südkreuz nach Blankenfelde. Die wieder aufgebaute zweigleisige Fernbahnstrecke mit Oberleitung entsteht östlich der bestehenden S-Bahntrasse. Dort, wo sie auf der bisherigen Strecke verläuft, wird die S-Bahn westlich neu errichtet. Der Ausbau ist in vier Abschnitte aufgeteilt. Abschnitt 1 Marienfelde, Abschnitt 2 Lichtenrade, Abschnitt 3 Blankenfelde-Marlo und Abschnitt 4 Schöneberg. Bis zur Landesgrenze Berlin-Brandenburg, Ende Abschnitt 2, ist eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde auf der Strecke vorgesehen. Dahinter in Brandenburg im Abschnitt 3 können 200 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Aus der Dresdner Bahn wird eine moderne Eisenbahnstrecke. Damit wird sie wieder zu ihrer alten Bedeutung finden, als Tor von Berlin in Richtung Südosten. Aus der Dresdner Bahn. Steuerstelle Aus der Dresdner Bahn. amo Ton es um cooperier. oh